Willkommen zurück, Leute, zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie üblich zum Montag machen wir heute nochmal Marktanalysen. Und schon mal vorweg gesagt, heute Abend machen wir auch wieder einen Livestream. Wenn jetzt nichts Bahnbrechendes dazwischen kommt, wird wahrscheinlich auch ein bisschen später heute. Also ich denke mal so 20, 20, 30 irgendwie sowas. Da gehen wir nochmal ein bisschen ausführlicher auf sämtliche Märkte ein. Wollen uns auch noch ein paar Lowcaps angucken und so weiter. Also wird auf jeden Fall spannend und bis dahin haben die US-Märkte auch auf. Dann ist vielleicht noch ein bisschen mehr Action im Markt. Wir haben einige Bewegungen gesehen, der Bitcoin steht schon wieder bei 71.000. Ich würde sagen, wir gehen auch direkt rüber in den Splitsquid. So, da sind wir. Das ist gerade der Bitcoin-Chart. Bevor wir allerdings starten, nochmal ein fettes Dankeschön und ein richtig dicker Hinweis auch. Denn, ja, die Verlosung von CoinEx aus den letzten Videos. Die glücklichen Gewinner des El Salvador-Trips. Entweder, wenn man eine Menge Leute eingeladen hat oder für alle Neuregistrierten, die sind tatsächlich im Lostopf gelandet. Vielen, vielen Dank für die krasse Unterstützung, denn ich bin dabei. Ich habe tatsächlich gewonnen. Das ist, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben, dass ich irgendwie... Ne, das zweite Mal. Ich habe auch schon mal bei Gruppe.com was gewonnen. Das zweite Mal in meinem Leben, dass ich was gewonnen habe. Richtig krass. Vielen, vielen Dank für eure heftige Unterstützung. Nur euren Wegen ist das möglich, dass ich da jetzt hinkern. Sehr geil. Ich freue mich richtig und worüber ich mich noch viel mehr freue, nämlich Platz Nummer 2 ist auch aus meiner Community. Richtig fetten Glückwunsch auf jeden Fall an dich. Schreib mir auch gerne, wenn du das siehst, eine PN. Wir sehen uns auf jeden Fall dann in El Salvador. Ja, richtig, richtig krasse Geschichte. Das freut mich mega, dass es so geklappt hat. Und vor allem auch wirklich diesmal einen aus meiner Community getroffen hat, denn dieser Neukundenboni, der ist ja nicht speziell auf meine Kampagne zugeschnitten. Also dieses Gewinnspiel von El Salvador, das war ja für alle, auch sämtliche amerikanische YouTuber, die da keine Ahnung wie viel tausend Sign-Ups oder sowas haben. Und dann hat einfach noch einer aus meiner Community gewonnen. Mega, mega geil. Freut mich richtig, das zu lesen. Ja, dementsprechend das auf jeden Fall dazu. Glückwunsch auch an dich, wenn du das siehst. Und ich weiß nicht, wie ich euch danken soll. Tausendfachen Dank. Wir bleiben auch nochmal kurz bei CoinEx, denn nach wie vor gibt es weiterhin die Neueinsteiger-Aktionen. Die gehen noch bis zum 20.04. Sprich, da kann man bis zu 100 USDT abstauben. Ja, wenn man einfach ein paar Kampagnen erfüllt. Registrierung macht, die erste Einzahlung macht, den ersten Trade, den ersten Kauf macht und so weiter. Dann kriegt man hier immer entsprechend Boni zugeteilt in Form von Cashback-Vouchern, dass man die Gebühren wiederbekommt. Coole Aktionen nach wie vor. Mega, mega geil. Auch das mit dem El Salvador-Event. Ich habe richtig Bock. Link dazu in der Videobeschreibung oder auch im angepinnten Kommentar. Denn ihr wisst, wir traden natürlich auch über CoinEx. Und ja, dann gehen wir aber auch rüber in die Märkte. Also, das ist jetzt so der Bitcoin. Und ja, genau wie ich es im letzten Video angesprochen habe, Leute. Korrekturen sind einfach nicht mehr das, was sie mal waren. Dass man da wirklich denkt, okay, eine dicke rote Kerze. Ja, jetzt geht es aber auch erstmal abwärts. Ich meine, ja, es ist noch kein neues All-Time-High. Das heißt natürlich jetzt auch noch nicht viel. Der bewegt sich jetzt weiterhin hier da an seiner Range der Bitcoin. Aber ja, würde mich nicht wundern, wenn auch diese Woche schon wieder ein neues All-Time-High geschlagen wird. Und dementsprechend, dass die Korrektur dann nicht so stark ausfällt, wie wir es eigentlich gehofft haben. Also, dass es nicht stark ausfällt, haben wir ja sowieso kommuniziert. Aber ein Traum wäre es halt wirklich nochmal gewesen, dass wir hier die 60k zumindest nochmal anlaufendes Key-Price-Level hier. Damit entsprechend unsere Projekte, die wir gerne nochmal ein Stückchen tiefer hätten, auch nochmal so um die 20%. Also, die Altcoins mitgerissen werden, damit hier wirklich, ja, der Anlauf kommt. Aber gut, noch ist nichts verloren. Altcoins gehen wir gleich durch. Das aber jedenfalls nochmal final zum Bitcoin. Also, deswegen trade ich den nicht. Weil da passiert einfach, ist unberechenbar, was da jetzt aktuell passiert. Ist die Korrektur stärker, ist es seitwärts, ist es schon wieder morgen Pump. Das ist verrückt. Im Endeffekt ist es sowieso, long term, eine lange Long-Bewegung. Aber in dem Fall für Trader ist das gerade, oder für uns als Trader ist das gerade ein bisschen Katastrophe. Ja, deswegen dazu zum Bitcoin. Mehr kann man da nicht sagen. Kann gut sein, dass es da jetzt diese Woche noch wieder ein neues All-Time-High gibt. Oder auch die nächste Kerze wieder groß und rot ist. Wenn die US-Märkte später aufmachen, müssen wir schauen. Deswegen bin ich gespannt, wo wir dann auch wirklich im Livestream stehen heute Abend. Und was ist vor allem eure Meinung dazu? Wo stehen wir heute Abend, 20 Uhr, mit dem Bitcoin? Auf den Dollar-Cent genau. Wenn der Stream startet, dann verlose ich nochmal was. Wenn das einer in die Kommentare schreibt und richtig erwischt. Gut, ja, machen wir aber weiter mit den Altcoins. Also, Alchemy Pay nach wie vor. Leichte Reaktion zum zweiten Mal hier. In dem Fall habe ich damit gerechnet, dass wenn er das ein zweites Mal anläuft, dass er hier zurückkommt. Und deswegen ist es ja so wichtig, zwischenzeitlich auch einfach mal eine Gewinnmitnahme zu machen. Weil nur Break-Even-Scenen ist hier schon wieder ausgestoppt worden. Oder wenn du gar nicht abgeholt worden bist, hast du hier auch nochmal eine zweite Chance bekommen. Kann natürlich auch sein. Also, ja, ist sonst nichts weiter spannend für Alchemy Pay. Bei ADA auch hier noch ein zweites Mal angelaufen und schon wieder reagiert. Zumindest stand jetzt. Das sieht doch nicht verkehrt aus. Hat sich hier auf jeden Fall nochmal gerettet. Musste er auch, damit der Bullish weiterhin funktionieren will. Also, nach wie vor gehen wir davon aus. Und ADA ist ja auch noch im Kaufbereich. Natürlich, dass wir mit der Reaktion hier oben landen bei ADA. Sprich, gute 110% sollten mit dieser Bewegung auf jeden Fall noch drin sein. Zeitraum fragen auch immer viele. Keine Ahnung. Wenn der Bitcoin nächste Woche auf 80.000 steht, ja, dann ist der nächste Woche auch schon hier oben. Ansonsten, wenn er seitwärts läuft, Bitcoin gibt ja nun mal den Ton an. Das sind aktuell noch wenige Projekte, die sich da so wirklich abkapseln von Bitcoin. ADA ist leider keines davon. Deswegen, ja, müssen wir da abwarten. Ist aber im nennenswerten Kaufbereich auf jeden Fall. Und wir wollen den da oben sehen. Also, nach wie vor ein attraktiver Kauf- oder auch Trade-Möglichkeit, um den nach oben zu schießen. Gut, Ajax ist nichts nennenswertes. AKT, ja, das war ärgerlich, weil da habe ich natürlich auch eine Buy-Limit-Order gesetzt bei CoinEx. Ja, hat nicht viel gefehlt. Aber dennoch leider nicht ganz angelaufen. Ist aber ja auch noch nichts verloren. Also, das waren jetzt 11%, die gefehlt haben. Und das ist ja noch keine nennenswerte Reaktion jetzt. Muss man vielleicht nochmal abwarten. Ich lasse meine Buy-Limit-Order dort. Grundsätzlich, ja, für Spot, wenn wir AKT natürlich da oben irgendwo was bei 16 Dollar sehen, ist auch jetzt 4 Dollar nicht unbedingt schlecht. Aber ihr kennt da mein Regelwerk. Ich würde den gerne hier auf jeden Fall nochmal catchen. AVAX hat super rausreagiert. Perfekte Reaktion aus unserem Bereich. Schon wieder pip. Genau, 0 Drawdown. Das sieht ebenfalls sehr, sehr gut aus. Also, 13% Profit auf jeden Fall für alle, die AVAX getradet haben. BNB ist nichts. Da hat eine ganze Ecke gefehlt zu unserem Bereich. Cake ist nichts. CKB mit einem neuen High. Und in Richtung All-Time-High-Attacke. Wieso? Warum was? Halbfragen jetzt so viele. Man findet keine neuen, bahnbrechenden News. Braucht man auch nicht, weil Bitcoin Layer 2, das erklärt sich von selbst. Und gleichzeitig halt noch, in Anführungsstrichen, so ein bisschen Low-Cap. Hat natürlich den Ultra-Low-Cap-Bereich definitiv jetzt schon seit längerem verlassen mit dieser Bewegung hier. Aber, ja, grundsätzlich ist das ja immer noch verhältnismäßig wenig Marktkapitalisierung. Wenn wir mal schauen. Mittlerweile auf Platz 87 gewandert. Ah, doch. Na, doch. Ist doch im Milliardenbereich jetzt schon gelandet. Ich hätte gedacht, der wäre noch kurz drunter. Ah, ja. Also, verhältnismäßig geht da immer noch was. Also, mindestens mal Top 40, Top 50 auf jeden Fall. Das sollten wir dieses Jahr noch erreichen. Und die anderen Coins schlafen ja auch nicht. Sprich, da ist immer noch eine ganze Menge drin. Heißt es aber nicht, wie gesagt, ich steige hier oben nicht rein. Ich hätte ihn ebenfalls sehr, sehr gerne hier nochmal gecatcht. Auch leider knapp verfehlt. Aber das ist letztendlich Trading, ne? Das gehört dazu. Immer noch besser als ein Verlust-Trade. Aber manchmal werden wir halt nicht abgeholt. Gut. Grow ist soweit nichts. Nach wie vor, da hat sich nichts verändert. CSIX hat sich auch nichts verändert. Kudos. Ja, jetzt ein bisschen verfrüht reagiert. Ist definitiv atypisch. Aber, auch da ähnlich wie bei AKT, ne? Das ist so ein kleiner Bouncer. Ist noch lange nichts verloren. Wenn heute Abend, was weiß ich, die Gegenreaktion kommt, Bitcoin wieder bei 69.000 landet, dann stehen wir auch wieder hier mit Kudos. Und daher, ich lasse meine Limit Order da auf jeden Fall stehen. Und wenn nicht, dann ist es halt nicht so. Dann schauen wir wieder, woanders wo wir einsteigen können. Deck ist nichts. Togecoin ist auch nichts. Aber so gut wie kurz davor, das nächste High wieder zu schlagen. Dot. Er hat ein zweites Mal den Bereich angelaufen, will jetzt hier aber wieder rauskrabbeln. Und auch Dot. Nach wie vor hat sich hier nichts geändert. Aus diesem Bereich muss er knallen. Der muss aus dem Bereich hier bis nach oben 100% hier nochmal machen. Darf nicht durchrasseln, sondern definitiv die grüne Sequenz hier abarbeiten. Gut, EGLD ist nix. Hat auch hier den Bereich knapp verfehlt. Zumindest Stand jetzt. Aber das ist noch keine Reaktion, Leute. Also da fehlt noch einiges. Sprich, immer noch relevant der Bereich hier von 50 Dollar für EGLD. Und von da können wir ihn definitiv oder wollen wir ihn natürlich auch hochtraden. Ja, sowohl per Spot als auch per Trade dann natürlich interessant. Ethereum ist nichts, aber eine schöne, wunderschöne grüne Kerze. Auch den hätten wir gerne deutlich tiefer gesehen bei 2,8 nochmal. Ansonsten, ja, zum Traden. Ansonsten völlig uninteressant gerade, ne. Und auch hier. Dann läuft das halt nicht an. Dann ist das nochmal so. Wir haben ja definitiv einen erfolgreichen März gehabt, was die Trades betrifft. Fetch ist nichts. Flux ist, ja, knapp verfehlt. Ebenfalls abwarten. Das ist noch keine nennenswerte Reaktion. Dass er den 1 Dollar bis 76 Cent tatsächlich nochmal anläuft, ist ziemlich wahrscheinlich. GRT ist nichts. Hbar fehlt auch noch eine ganze Ecke. Ja, ist also auch noch nicht relevant. Müssen wir abwarten. Inch, ja, auch noch nicht so ganz, ne. Der will den Bereich auch nicht anlaufen, wirklich. Für alle, die es verpasst haben, mich natürlich eingeschlossen. Ja, Inch wird wirklich erst hier wieder interessant. Also, nach wie vor abwarten. Wird auch Zeit, dass wir da seit Dezember, November mal irgendwie überhaupt einen Einstieg bekommen für Inch. So, IOTA ist nichts. Hat hier nochmal aus unserem Bereich angelaufen und reagiert. Also, für IOTA ist selbst das gefühlt irgendwie atypisch, weil normalerweise hustlet IOTA immer durch und macht nicht das, was wir eigentlich wollen. Aber, ja. Also, hat jemand IOTA getradet? Ich selber war es nicht. Sah ansonsten zumindest dann jetzt erstmal ganz gut aus. Kaspar ist nichts. Link ist auch noch nichts. Obwohl, er hat am Key-Price-Level hier jetzt nochmal reagiert. Aber wenn das so häufig anläuft, ist halt irgendwann mal die Wahrscheinlichkeit, dass er durchrasselt. Deswegen hatte ich eigentlich gehofft, dass er in dem Fall hier unser FIBO diesmal wirklich anläuft von in Richtung 14 Dollar. Gut, ja. Müssen wir abwarten. Aber wir haben ja Gott sei Dank Link massivst hier unten akkumuliert. Deswegen haben wir jetzt auch länger keine Videos mehr drüber gemacht. Wir haben vorher relativ viele Link-Videos gemacht, weil er halt preislich in dieser Range einfach super attraktiv war. Und jetzt ist das verhältnismäßig nicht mehr bei 18 Dollar. Natürlich geht bei Link auch immer noch mehr. Ich schätze den auch bei 100 Dollar plus ein. Aber so rein Rendite-technisch, ja. Haben wir hier gut was mitgenommen. Und da sind für mich gerade andere einfach interessanter. Gut, Litecoin mal wieder über 100 Dollar. Ist natürlich schön. Aber generell ist hier auch noch nichts weiteres zu zu sagen. Matic ist nichts. MX schon wieder neues All-Time-High. Gefühlt auch jeden Tag völlig verrückt, wie das da gerade steil geht. Also nach wie vor C-Level hier oben bei 6,42 Dollar. Gut, Myria ist nichts. Nach wie vor aber im nennenswerten Kaufbereich. Nier ebenfalls nichts. Ja, auch da hatte ich gehofft, dass er das Key-Price-Level nicht noch einmal anläuft und da reagiert, sondern auch tatsächlich hier wirklich runterkommt auf 5 Dollar. Gut, passiert. Kann sein. Dann kommt er halt mal nicht runter. Dann ist das halt leider kein Trade. Auch wenn es jetzt bei mehreren Projekten vielleicht der Fall ist. Auch schön ist nix. QNT ist nichts. Rio hat auch nicht mal ansatzweise den Bereich hier angelaufen. Also, dass der interessant wird. Müsste da bis 1,67 runterkommen. Ansonsten steht der mir hier einfach zu hoch. Render. Ja, das war relativ abzuwarten, dass er nicht bis 6,50 Dollar runterkommt. Aber grundsätzlich, ja, entweder er macht es oder er macht es halt nicht. Ich kaufe den einfach nicht hier oben. Gut, also abwarten. Aber da auch, das ist noch keine nennenswerte Reaktion. Also, das kann nach wie vor gut sein, dass wir hier tatsächlich dann nochmal die stärkere Altcoin-Korrektur zumindest sehen. Sai ist nichts. Solana ist nichts. Den interessieren Korrekturen ja sowieso nicht. Tau, ja, hat perfekt eigentlich aus dem BC raus reagiert, was aber ebenfalls atypisch ist. Typisch wäre es gewesen, wenn er in dem Fall hier die Gesamtkorrektur anläuft und 400 Dollar nochmal erreicht. Hat er bis jetzt leider nicht gemacht, aber mit der Reaktion ja auch noch nicht mal ansatzweise die vorherigen heiß oder beziehungsweise das All-Time-Heil geschlagen. Das heißt, auch das ist erstmal nichts nennenswertes. Abwarten kann auch gut sein, dass er hier ein bisschen so diesen jetzt hier macht und tatsächlich dann nochmal runterkommt und dann. Und das wäre natürlich auch die wünschenswerte Reaktion. Das wäre ein absoluter Traum für Bitensor Tao. Tia hat den Bereich nochmal angelaufen, für die, die es hier vielleicht verpasst haben. Also, Tia, in dem Fall, ich bin nicht in Tia investiert. Ich habe es auch nicht vor, aber generell für die, die von dem Projekt überzeugt sind und so weiter, nach wie vor attraktiver Kaufbereich hier in dem Bereich. Sieht auf jeden Fall gut aus, also wieder attraktiv. Gut, VeChain ist nichts, hat ja hier die Reaktion gemacht. Perfekt, so wie er es machen sollte, aus dem März raus. Das war einer unserer guten Trades und ja, der soll nach wie vor jetzt die 6 Cent anlaufen mit dieser Reaktion und das hier nicht unterschreiten. Also, auch da hat sich erstmal nichts geändert für VeChain VET. VTHO hingegen hat zwischenzeitlich mal eine dicke Rakete gezündet, aber das ist halt genau der Punkt, warum ich VTHO nicht trade. Einfach wegen diesen riesen Spikes in alle erdenklichen Richtungen. Da kann man spontan mal richtig krass was mitnehmen, dass man denkt, okay, ist noch gar nichts passiert. Auf einmal ist der TP angelaufen, aber genauso schnell geht es halt auch wieder umgekehrt. Deswegen zum Beobachten, ja, aber ich trade den persönlich nicht. VLA hält sich wieder wacker auf 8 Cent, 0,008. Zurückgeschlichen, 8 Cent wäre schön, das wäre das Alter mal. Ja, also ich hatte hier nochmal eine Buy-Limit-Order gesetzt am Keep-Race-Level von 0,0061, aber gut, ist auch wahrscheinlich, dass er das jetzt nicht unbedingt anläuft und ansonsten, ja, zieht er halt einfach weiter. Dann ist es auch gut so, ja. XTC ist nichts, hält sich gerade noch wacker, XLM ist nichts, XRP ist auch, ja, gut, hat intern tatsächlich jetzt erstmal reagiert, Stand jetzt zumindest, aber auch das, das sind gerade mal 6,8 Prozent und er ist auch immer noch. Innerhalb des internen Levels, also es ist natürlich schön, dass er intern reagiert, das sollte er optimalerweise auch machen nach Lehrbuch, aber es muss halt auch das hier kommen. Es muss das hier kommen, der muss mindestens mit dieser Bewegung das High hier mal schlagen, dass man sagen kann, ja, okay, das ist mal was Nennenswertes hier, ne, also dass da mal wirklich 30 Prozent rauskommen aus der Reaktion, sprich vom jetzigen Stand aus immerhin auch noch 21 Prozent, muss der mal mindestens jetzt machen, damit das überhaupt was Relevantes hier wird bei XRP. Okay, gut, ei, 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 ui, da kam schon die nächste Rakete, 72.000 Dollar Bitcoin, wir sind gestartet mit 71.000, ich bin gespannt auf eure Prognose in den Kommentaren. Das war es auf jeden Fall für heute, wir sind alle Märkte nochmal durchgegangen, na, zumindest AVAX war AVAX der einzige, auf jeden Fall, den wir gut mitgenommen haben hier nochmal, der hatte vorher den Bereich noch nicht angelaufen, ansonsten ist es bei vielen Projekten tatsächlich abwarten. CKB sollte auf jeden Fall die 3 Cent, hat da ja zwischenzeitlich schon geknackt, ist aber auf eine Sale Wall gestoßen, sollte auf jeden Fall über 3 Cent sich diese Woche einpendeln. Ja, ich bin gespannt und heute Abend machen wir das fortlaufend nochmal ausführlich, zuzüglich ein paar Low Caps, die wir reingeebt haben und dann würde ich wie immer sagen, lasst da gerne ein Like und ein Abo da. Aber wir sehen uns entweder heute Abend im Stream oder morgen im nächsten Video. Bis bald rein, ciao.